Shalom, Shalom! Heute habe ich eine sehr gute Botschaft für dich. Ich wurde eingeladen, euch eine Gelegenheit zu offenbaren, ein heißer Evangelist Gottes zu werden. Und zwar fängt am 3. Dezember, wie schon erwähnt, eine College of Evangelism an und du kannst dich anmelden, damit du wirklich erlebst, wie viel Freude du bereiten kannst, wenn du andere Menschen zu Jesus führst. Und das ist unser Auftrag. Wir sollen uns multiplizieren. Jedes Mal, wenn ich jemanden zu Jesus führe, weiß ich, ich habe mich vervielfältigt und Reich Gottes gebaut. Und dazu laden wir dich herzlich ein. Lade auch deine Freunde ein und ihr werdet sehen, euer Leben wird eine neue Dimension an Kraft, an Freude, an Fruchtbarkeit erleben. Shalom, Shalom!